Hallo ihr Lieben! Heute habe ich noch meine Neuzugänge vom August für euch und ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Video. Auch im August sind wieder einige Bücher bei mir eingezogen. Es ist sogar gestern am 31.8. noch ein Buch gekommen, auf das ich schon gewartet habe. Das möchte ich mit euch zusammen gerne noch auspacken. Ich weiß rein theoretisch, was da für ein Buch drin ist. Und ja, wir schauen dann einfach zusammen mal rein. Aber ich dachte mir, wir fangen als allererstes erstmal mit den Büchern an, die ich nicht als richtige Bücher da habe, sonst vergesse ich die nämlich wieder. Und das erste Buch, was bei mir im August eingezogen ist, ich mache mal kurz Platz, dass ich es hier einblenden kann, ist Second Chance von Rose Bloom. Second Chance ist eine Liebesgeschichte, ich würde sagen so eine alltägliche Liebesgeschichte mit dem typischen Drama. Es ist auch von der Grundstory her eine Geschichte, die man aus anderen Büchern vielleicht auch schon kennt. Es geht um ein reiches Mädchen, was sich in einen armen Jungen verliebt und die beiden dürfen halt nicht zusammen sein. Und es passiert dann in ihrer Vergangenheit etwas ganz, ganz Dramatisches und die beiden trennen sich und treffen sich viele Jahre später wieder. Und ja, die Frage in diesem Buch stellt sich, ob die beiden eine zweite Chance bekommen. Und ich muss sagen, ich fand die Geschichte echt süß. Und wer gerne niedliche Liebesgeschichten liest, sollte sich Second Chance auf jeden Fall mal angucken. Mehr erzähle ich jetzt nicht, sonst wird das ja wieder ein Lesemonat. Nur das wollen wir nicht. Dann ist im August noch bei mir eingezogen Never Let You Go. Das ist der zweite Teil von Never Loved Before von Monica Murphy. Ich habe das Buch gerade an meine Arbeitskollegin ausgeliehen, deswegen habe ich es nicht da. Aber es gehört natürlich in den August mit rein. Und Never Let You Go fand ich sogar noch einen Tacken besser wie den ersten Teil. Und ich muss sagen, dass ich die Geschichte im zweiten Teil rund um Katie und Ethan, wie gesagt, noch ein bisschen besser fand wie im ersten Teil. Aber im Großen und Ganzen kann ich nur sagen, dass es eine ganz, ganz tolle Liebesgeschichte ist. Sie ist ein bisschen verrückt und andersartig, diese Geschichte. Und gerade das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und wer solche Geschichten mag, sollte sich Never Let You Go und Never Loved Before auf jeden Fall angucken. Falls es euch interessiert, schaut in dem Video dazu einfach nochmal rein. Da erzähle ich dann genaueres. Machen wir weiter mit den nächsten Büchern. Und das sind jetzt alles richtige Bücher. Fangen wir mit meinem Current Reading an, würde ich sagen. Und zwar ist das Das Gold der Krähen. Wer mein Neuerscheinungsvideo gesehen hat, hat das Buch ja schon gesehen. Ich lese das Buch gerade mit der lieben Sina zusammen. Wir sind jetzt schon über die Hälfte. Also das Stück hier müssen wir noch. Und wir haben gesagt, wir versuchen das jetzt über das Wochenende, heute ist Samstag, fertig zu bekommen. Und ja, mal schauen, wie es klappt. Entweder wir bekommen es fertig oder halt auch nicht. Weil wir haben ja am Wochenende auch noch andere Sachen zu tun, außer zu lesen. Und Das Gold der Krähen ist kein Buch, was man mal eben so weglesen kann. Also ich finde, man muss sich Zeit für diese Geschichte nehmen. Denn diese Geschichte ist sehr umfassend. Und man muss dieses Buch auch genau lesen. Man kann das Buch jetzt nicht einfach so, wie bei manchen Jugendbüchern, einfach so... Wie beschreibt man das? Kennt ihr das, wenn man Bücher nicht mehr Wort für Wort lest, sondern so eher die Sätze im Ganzen? Ich kann das schwierig beschreiben. Also bei Jugendbüchern kann ich das. Da fliege ich nur so durch die Seiten. Und da muss ich nicht jedes kleinste Wort lesen, um alles zu verstehen und aufzunehmen. Aber Das Gold der Krähen ist so umfassend geschrieben, dass wenn man da ein Wort mal nicht liest, es sein kann, dass man dann schon wieder irgendwas anderes nicht versteht. Und deswegen muss man sich hier, finde ich, wirklich Zeit nehmen zum Lesen. Und dadurch lese ich dieses Buch auch einfach langsamer wie andere Bücher. Und das finde ich absolut nicht schlimm. Dadurch habe ich mehr vom Buch. Und ich liebe diese Geschichte. Und ich finde den zweiten Teil bisher auch wieder großartig. Ich finde die ganze Geschichte großartig. Und ja, mehr dann dazu in meinem Video. Aber ich liebe es und dieses Buch ist im August bei mir eingezogen. Und dieser Buchschnitt, er ist orange. Ich finde das so cool, wenn Bücher bunte Buchschnitte haben. Und es sieht so schön aus. Ich liebe das Cover. Ich fand auch das Cover vom ersten Teil toll. Und ja, mehr dann dazu, wenn ich das Buch gelesen habe. Machen wir weiter mit zwei Büchern, die ich mir in Dresden im Urlaub gekauft habe. Wer meine Vlogs guckt, kennt diese Bücher schon. Und zwar ist noch bei mir eingezogen einmal Neighbors Dearest von Penelope Watt. Es haben mir ganz, ganz viele Leute unter die Videos geschrieben. Susi, liest dieses Buch. Es ist so toll. Ich finde es so schön. Ich liebe das Buch. Und ich hatte ja damals Stepbrother Dearest von Penelope Watt gelesen und fand das nicht so gut. Das war mir einfach, diese ganze Beziehung zwischen diesen beiden, die war mir einfach zu weird. Das war mir einfach, nee, das war nicht meins. Und ja, ich habe mir jetzt aber gedacht, ich gebe Neighbors Dearest einfach mal eine Chance, weil wirklich ganz viele von euch kommentiert haben, dass es eine ganz, ganz tolle Geschichte ist. Und ich bin sehr gespannt. Und in diesem Buch geht es um Chelsea. Und sie dachte, sie hätte den Mann ihres Lebens gefunden. Doch Alec verlässt sie für seine Jugendliebe und für Chelsea bricht eine Welt zusammen. Erst ihr unhöflicher Nachbar Damien lenkt sie von ihrem Koma ab, denn er raubt ihr den letzten Nerv. Leider ist er auch der attraktivste Mann, den sie je gesehen hat. Sie findet ihn unwiderstehlich. Doch Damien geht aus einem guten Grund keine Bezüge ein. Und sein Geheimnis könnte Chelsys Herz erneut in tausend Teile brechen. Ich finde, das klingt wirklich sehr, sehr gut. Ich liebe ja so Nachbarschaftsgeschichten, ne? Also wenn so sich Leute in den Nachbarn verlieben, das finde ich irgendwie immer ganz süß. Und ja, ich bin sehr gespannt und werde euch berichten, wenn ich es gelesen habe, wie es mir gefallen hat. Das kann allerdings noch eine Weile dauern, weil ich gerade ziemlich viele Rezi-Exemplare habe. Und es kommen noch ein paar. Und ich muss gucken, wie ich jetzt hier zum Lesen komme in diesem Monat. Und ihr wisst, priorisiert lese ich immer Rezi-Exemplare. Dann habe ich mir noch gekauft Crown of Lies von Peppa Winters. Das ist der erste Teil. Es gibt insgesamt zwei. Der zweite ist Throne of Throne of Tooth oder sowas. Ihr wisst nicht in Englisch. Ja, auf jeden Fall, Crown of Lies ist der erste Teil. Ich bin schon sehr gespannt. Ich finde auch, das Buch klingt ganz, ganz toll. Und meine Arbeitskollegin hat es schon gelesen. Sie hat es sich für ein Kindle gekauft. Und sie hat gesagt, sie muss unbedingt den zweiten Teil haben. Also scheint es wirklich eine ganz, ganz tolle Geschichte zu sein. Und ja, ich bin schon sehr, sehr gespannt. Und ich muss sagen, dass ich dieses Cover wirklich richtig cool finde. Ich finde das sehr, sehr schön. Und ich kann ihr mal vorlesen, worum es geht. Drei Jahre zuvor verlor Noelle Charleston während eines Überfalls beinah ihr Leben. Bis ein unbekannter Fremder auftauchte und die reiche Kauferserben rettete. Drei Tage, seit sie Penn Everett traf und sich in seinen Armen wiederfand. Seine verführerische Stimme im Ohr, die ihr ein unwiderstehliches Angebot machte. Drei Stunden, um ihn hassen zu lernen, da er so viele Dinge vor ihr verbirgt. Der geheimnisvolle Geschäftsmann kann unmöglich irre davon damals sein. Und doch fühlt sich jede Berührung unendlich vertraut an. Drei Minuten, um ihm hoffnungslos zu verfallen. Und es gibt nichts, was Noelle mehr begehrt als diesen Mann. Drei Sekunden, um mit seinen Lügen ihr Herz zu stehlen und ihre Hoffnung, Vertrauen und Liebe einzuflößen. Drei Atemzüge, um sie mit der Wahrheit zu zerstören. Und ich finde, das klingt einfach echt mega gut und bin sehr gespannt auf Crown of Lies. Und ich werde euch natürlich auch hier berichten, wie es mir gefallen hat, wenn ich es gelesen habe. Das nächste Buch kennt ihr auch, wenn ihr meine Vlogs guckt. Und zwar vollendet von mir. Schuster Mann ist noch bei mir eingezogen. Ich habe dieses Buch bei Lovely Books gewonnen. Und ich freue mich da immer noch drüber. Und ja, ich möchte dieses Buch auf jeden Fall nochmal mitlesen. Weil hier sind ja auch Bonuskapitel drin, die in den Hardcover nicht drin sind. Und ja, ich freue mich schon sehr, dieses Buch nochmal zu lesen und nochmal in diese Welt einzutauchen. Und ich fand vollendet beim ersten Mal wahnsinnig, wahnsinnig toll. Und ich bin schon sehr gespannt auf den zweiten, dritten und vierten Teil. Diese Reihe wird ja jetzt komplett übersetzt. Gott sei Dank. Nicht wie bei den Hardcovern, da hat man ja nach dem dritten Teil aufgehört mit Übersetzung. Und ja, ich bin schon sehr vollendet gespannt. Und ich werde euch dann natürlich auch hier nochmal genau berichten, wie mir das Buch gefallen hat. Und auch die Bonuskapitel und das alles. Und ja, ich freue mich. Ich finde das so cool, dass ich das gewonnen habe. Und ja, so cool. Und ich habe ja nicht nur das Buch gewonnen, ich habe ja die komplette Reihe gewonnen. Das heißt, ich kriege dann immer das Buch, wenn es erscheint, zugeschickt. Und das fand ich so cool. Ich habe mich hier so gefreut. Ich bin hier schreiend im Kreis gerannt, wo ich gesehen habe, dass ich gewonnen habe. Und ja, ich gewinne sonst nie. Also von daher habe ich mich echt wahnsinnig, wahnsinnig gefreut. Und ja, vollendet ist er auf jeden Fall bei mir eingezogen. Und ich liebe dieses Buch. Und ich kann euch Nils Schuss zu meinem Allgemeinen ja sowieso nur empfehlen. Dieser Mann ist einfach genial. Und er schreibt so, so toll. Und das sage ich als Mädchenbuchleserin. Also ich liebe ja Bücher mit Liebesgeschichten. Und Nils Schusterman schreibt keine Bücher, wo Liebesgeschichten irgendwie für die Story eine Rolle spielen. Es gibt zwar immer eine Liebesgeschichte, die so ganz am Rand irgendwo noch miterzählt wird. Aber die ist halt nicht wichtig für die Story. Und ich finde diese Bücher trotzdem wahnsinnig, wahnsinnig toll und super genial. Und ja, ich kann es euch wirklich nur empfehlen. Schaut euch vollendet auf jeden Fall mal an. Und ja, mehr kann ich dazu jetzt auch nicht sagen. Ich liebe dieses Buch. Schaut es euch an. Und es ist eingezogen nochmal in der broschierten Ausgabe. Machen wir weiter mit dem nächsten Buch. Und das ist dieses Schätzchen hier. Shadow Dragon von Christine Brianna Otz oder so. Ich habe keine Ahnung, wie man diese Frau ausspricht. Das Buch habe ich von der lieben Niki bekommen. Vielen, vielen Dank, Niki. Vielen, vielen, vielen Dank. Ich habe mich so mingehlt über dieses Buch gefreut. Shadow Dragon steht schon seit Erscheinungstermin letztes Jahr bei mir auf der Wunschliste. Und ich habe nur Gutes über das Buch gehört. Und ich liebe ja Drachengeschichten. Ich hoffe einfach, dass Shadow Dragon eine Reihe ist, die mir sehr, sehr gut gefällt. Und ich bin echt gespannt auf das Buch. Ich weiß nicht, wer von euch das vielleicht kennt oder nicht kennt. Ich kann ja nochmal kurz vorlesen, worum es geht. Was, wenn du plötzlich das mächtigste Wesen im Kaiserreich verstehst? Was, wenn dich seine Macht immer stärker an ihren Bann zieht? Was, wenn du eine andere sein musst, als du wirklich bist? Was, wenn du Gefühle entwickelst, die du vorher nicht kanntest? Was, wenn du mehr willst, als dir zusteht? Also Kleine, sagte der Shadow Dragon, lass uns mal sehen, was du mit deinem Schwert ausrichten kannst. Und ich finde, das klingt sehr, sehr interessant. Und ja, ich bin auf Shadow Dragon sehr gespannt. Und ich werde euch natürlich berichten, wie es mir gefallen hat, wenn ich es gelesen habe. Und es glänzt. Oh, ich liebe ja Bücher, die glänzen. Und es fässt sich so toll an. Ich bin ja so ein haptischer Mensch, ne. Ich fasse ja immer alles gerne an. Und dieses Buch fässt sich einfach richtig cool ein, weil diese Schuppen hier so aufgestanzt sind. Das finde ich richtig, richtig toll. Und ich könnte dieses Buch den ganzen Tag anfassen. Wie die Überlebenden von Alexandra Bracken. Dieses Buch könnte ich auch den ganzen Tag anfassen, weil das auch so eine coole Oberfläche hat. Ja, also Shadow Dragon, ich werde euch berichten, wenn ich es gelesen habe, wie es mir gefallen hat. Ich kämpfe heute im Übrigen mal wieder mit dem Licht, wie immer. Also nicht wundern, wenn es jetzt wieder dunkler wird. Dann im August noch bei mir angezogen ist Dark Palace. Zehn Jahre musst du opfern von Vic James. Der erste Teil einer Trilogie. Und ich habe dieses Buch gestern noch beendet. Das heißt, ich werde dann gleich im Anschluss noch die Buchvorstellung hier zu drehen. Und ich muss sagen, dass ich von dem Buch ein bisschen enttäuscht gewesen bin. Aber das Ende, also die letzten 80 Seiten haben für mich komplett alles rausgerissen, was die Story betraf. Und ich fand das Ende ultra spannend. Ich fand das Ende wirklich gut gemacht. Und ich bin jetzt auf jeden Fall gespannt, wie es im zweiten Teil weitergeht. Aber wieso, weshalb, warum ich von dem Buch ein bisschen enttäuscht war, erzähle ich euch dann in meiner Buchvorstellung. Schaut dann auf jeden Fall vorbei. Zum Inhalt noch ganz kurz an diesem Buch geht es um Luke und seine Familie. Und Luke und seine Familie leben schon in unserer Welt. Aber es gibt dort Adelige, die ebenbürtige genannt werden. Und diese sind Menschen mit besonderen Fähigkeiten. Also sie haben Geschick. Und mit diesem Geschick können sie verschiedene Sachen machen. Und ja, diese Adeligen tun quasi das Volk unter Jochen. Und jeder Bürger des Landes muss zehn Jahre Sklavenarbeit ableisten. Und Luke und seine Familie entschließen sich halt, diese zehn Jahre zusammen abzuleisten. Und zwar am Hof der Jardins. Das ist die mächtigste Adelsfamilie des Landes. Und es geht aber etwas schief. Und Luke wird von seiner Familie getrennt und gerät in die Sklavenstadt Millmoor. Und wir begleiten dann Luke und seine Familie in ihrer Sklavenzeit. Und natürlich tut sich auch eine Rebellion ankündigen. Und ja, was ansonsten noch alles in diesem Buch passiert, wie gesagt, mehr dazu dann in meiner Buchvorstellung. Ja, mehr kann ich jetzt einfach auch nicht sagen. Sonst verrate ich wieder zu viel. Drei Bücher haben wir noch und diese habe ich auch noch nicht gelesen, weswegen ich jetzt auch nicht zu viel verraten kann. Und zwar ist im August noch bei mir eingezogen Monsters of Verity, dieses wilde, wilde Lied von Viktoria Schwab. Ich bin auf dieses Buch schon ultra gespannt, denn ich finde, es klingt einfach wahnsinnig, wahnsinnig toll. Ich kann euch auch mal hier vorlesen, was hinten draufsteht. Sunai, Sunai, schwarze Augen, ihr Lied wird dir die Seele rauben. In Verity City kennt diese Liedzeilen jedes Kind, denn nachts gehört die Stadt den Monstern. Und bist du abends bei Anbruch der Dunkelheit nicht rechtzeitig daheim, so kann dich keiner mehr retten. Doch Kate Harker und August Flynn haben keine Angst vor den Kreaturen der Nacht. Denn manchmal sind es die Menschen, vor denen du dich viel mehr fürchten musst. Und ich finde, das klingt einfach richtig, richtig gut. Und auch die andere Inhaltsangabe, die man sich so bei Amazon und den ganzen Bücherplattformen durchlesen kann, klingt einfach wahnsinnig toll. Und ich finde auch das Cover richtig, richtig cool. Und ja, auch hier werde ich euch natürlich berichten, wie es mir gefallen hat, wenn ich es gelesen habe. Ich werde es dann ganz, ganz bald lesen, nämlich wenn ich das Gold der Creme beendet habe. Das Buch lese ich ja nämlich mit der lieben Niki zusammen. Und ja, ich wollte nur auf jeden Fall das Gold der Creme beenden, weil wenn ich zu viel durcheinander lese, dann haue ich alles durcheinander. Und ja, das ist dann doof. Ich weiß nicht, lest ihr viele Bücher parallel? Ich kann das nicht. Und warum werde ich gerade so rot? Ich habe keine Ahnung. Also ja, ich kann auf jeden Fall nicht so viele Bücher parallel lesen, zwei maximal, sonst haue ich alles durcheinander. Deswegen werde ich das hier dann lesen, wenn ich mit dem Gold der Creme fertig bin. Machen wir weiter mit dem nächsten Buch, was vorgestern bei mir eingezogen ist und was ich heute auch noch anfangen möchte zu lesen, wenn ich es schaffe. Und zwar Auf Immer Gefangen. Ich kann ja hoch, ich habe schon mein Lesezeichen reingemacht. Und zwar Auf Immer Gefangen von Aaron Samuel. Das ist der zweite Teil zu Auf Immer Gejagt, was ja letztes Jahr rausgekommen ist. Und ich fand Auf Immer Gejagt richtig, richtig gut. Und ja, ich habe den zweiten Teil auch wieder vom Verlag bekommen, netterweise. Ach ja, ich habe Dark Palace, Monsters of Rarity auch vom Verlag bekommen. Und genau wie das Gold der Creme auch. Das sollte ich an dieser Stelle vielleicht einfach mal erwähnen. Ja, auf jeden Fall habe ich Auf Immer Gefangen auch vom Verlag netterweise bekommen. Und ich freue mich schon sehr. Diese Reihe ist ja eine Dilogie. Das heißt, mit diesem Buch ist diese Reihe dann auch beendet. Und ich bin sehr gespannt, wie es mit Tessa und Cone weitergeht. Denn das Ende war ja wirklich ein bisschen fies. Es war jetzt nicht ein ultra krasser Cliffhanger, aber es war schon, was die Beziehung zwischen Tessa und Cone betrifft, ein gemeines Ende. Und ja, ich bin gespannt, was Auf Immer Gefangen für mich bereithält. Und wie gesagt, ich fange es heute noch an zu lesen, wenn ich es schaffe. Und ja, ich hatte mein Lesezeichen hier schon reingelegt und festgemacht, dass ich es habe. Seid ihr auch immer so, dass ihr die Lesezeichen schon in den Büchern macht, bevor ihr anfangt zu lesen? Ich mache das immer so. Damit markiere ich mir auch die Bücher, die ich als nächstes lesen möchte. Das ist bei meinem Sub, muss ich das so machen. Sonst greife ich dann doch wieder zu einem anderen Buch. Und dann haben wir jetzt letztens noch das Buch, was gestern noch bei mir eingezogen ist, was ich auch noch nicht ausgepackt habe. Ich habe jetzt hier schon mal alles drumherum abgemacht. Und ich würde sagen, wir gucken jetzt mal hier zusammen rein, was drin ist. Und oh mein Gott, ich sehe es. Oh, es ist so cool. Ich freue mich schon so. Constellation 2, Entferne Welten. Das ist der zweite Teil dieser Reihe. Und ich fand den ersten Teil so großartig, wo der rausgekommen ist. Die Geschichte von Abrel und Noemi, die war einfach so, so cool. Und ich packe das Buch mal aus, dann seht ihr es besser. Wartet mal. Dieses Buch erscheint jetzt auf jeden Fall auch mit im September. Genau wie die anderen Rezi-Exemplare. Also das Gold der Krähen am 3. September, Monsters of Rarity am 17. Dark Palace ist Ende August schon erschienen. Und das hier erscheint, glaube ich, am 10. September. Und ja, Constellation, Entferne Welten, wie gesagt, ist der zweite Teil dieser Reihe. Und es ist eine Science-Fiction-Jugendgeschichte. Und ich fand dieses Buch einfach so großartig. Es hat sich so super lesen lassen. Es war eine wahnsinnig tolle Welt, die die Autorin hier geschaffen hat. Und ja, ich freue mich jetzt auf den zweiten Teil. Und werde euch dann natürlich auch berichten, wie er mir gefallen hat. Falls ihr gerne Jugend-Science-Fiction-Geschichten lest, schaut euch Constellation auf jeden Fall an. Ich freue mich jetzt, den zweiten Teil zu lesen. Und ja, werde euch dann, wie gesagt, berichten, wie er mir gefallen hat. Wie bei den anderen Büchern. Das waren meine Neuzugänge vom August. Was ist denn im August bei euch alles so eingezogen? Habt ihr auch wieder so einen relativ hohen Stapel, so wie ich, hier zusammengesammelt? Oder sagt ihr, im August ging es mal? Ich finde ja, der September ist ja, was die Neuerscheinung betrifft, echt heftig. Wer letzte Woche den Livestream gesehen hat oder das Video dann sich angeguckt hat, weiß, dass ich 25 Bücher rausgesucht habe für den September. Und das finde ich schon heftig viel. Und der Oktober wird auch nochmal so ein krasser Monat. Aber ich glaube, der September war für mich von den Neuerscheinungen schlimmer, weil es einfach mehr war als der Oktober. Naja, wir werden sehen. Oktober ist ja Buchmessemonat. Und ich freue mich, denn so wie es aussieht, kann ich nun doch auf die Buchmesse fahren. Und es sah ja auch so aus, dass ich nicht fahren konnte, weil Schatzi arbeiten musste und ich den Hund nicht unter mir gekriegt habe. Und so wie es jetzt aussieht, fahre ich mit Schatzi zusammen auf die Messe. Und ich freue mich so. Das ist das erste Mal, dass Schatzi mitfährt. Und ich bin so happy. Und drückt mir die Daumen, dass wir fahren können, dass das klappt. Und ja, ich werde euch dann aber nochmal genau eine Info geben, wenn wir fahren und wann wir fahren und welche Tage wir da sind. Und ja, aber ich muss das jetzt alles noch ein bisschen klären. Und ja, ihr kriegt dann auf jeden Fall noch ein Update. Und ansonsten beende ich das Video jetzt auch an dieser Stelle. Ich bedanke mich immer fürs Gucken, wünsche euch noch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.